Das war sehr aufregend. Ich muss zugeben, ich habe in der Vorlesung nicht viel verstanden. Mein Professor war ein Österreicher und er hat mit einem Akzent geredet. Ich habe kaum was verstanden, aber meine Freundin und ich haben uns vorgenommen, immer an der ersten Reihe zu sitzen, damit wir das meiste mitbekommen können. Und da haben wir auch gesessen und wir haben uns Mühe gegeben und dann wurde es immer einfacher und dann haben wir an der Vorlesung teilgenommen. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Das war eine sehr schöne Zeit.